willkommen zu einer weiteren folge meistering monsters und zwar leute in diesem video werden wir das monster war hier heißt das war hier auf der wobert insel platzieren beziehungsweise auf wecken nennt sich das ja und ich würde sagen das ist das monster hat natürlich einen anderen spitznamen nichts heißt es hier aber an sich heißt das war hier irgendwie ich würde sagen los geht's drücken wir auf den wecker richtig richtig nice let's go neuer eintrag so muss es auch sein war hier okay das war der sound ich muss sagen einer der besten monster auf der insel ganz klar aber erst so spät bekommen richtig nice also ich muss ehrlich sagen das ist so ein gutes sängermonster ne also ich weiß nicht warum ich das nicht schon vorher irgendwie ja ich sag jetzt mal fertig gezappt habe nennt sich das ja in diesem spiel ja ist ein bisschen schade natürlich aber es wirklich ein riesen bestandteil der wobert insel echt geworden oder auch schon immer gewesen ich weiß gar nicht wie lange es das monster schon gibt ähm aber eines der besten monster wenn ich sogar das beste muss ich irgendwie sagen also das ist unglaublich heftig also ohne dem sound ist einfach diese insel geführt gar nichts und auf jeden fall um einige schlechter ne und ja es gibt weitere monster auf der insel noch genug die ziemlich gut zum sound beitragen aber dieses andere monster jetzt hier was wir neu bekommen haben ist extrem gut wenn nicht sogar muss ich sagen mein lieblings monster ja ich würde sagen ist auch für ein relativ kurz video gewesen aber so ist das auch bei mir ist alles auch so geplant dafür kommen halt mehrere videos also so ein bisschen öfter auf meinem kanal videos auch wenn die relativ kurz sind genau dann kann das auch sein dass mehrere tage hintereinander ein video kommt und ja ich würde sagen leute das war's für ein video und bis nächstes mal ciao